So, da bin ich wieder. Wir haben einen neuen Anruf bekommen. Den nehmen wir gleich entgegen. Jetzt haben wir den jungen Mais vielleicht leider nicht retten können. Danke. Long ride home. Hä? Ich habe einen schönen Tag, den Tag. Begge, das ist etwas extreme, nicht wahr? Brad hat mich immer wieder einmal an der Nacht. Er hat es auf der Pause gemacht, weil er weiß, dass ich es nicht mag. Also, ich holte es und fang es direkt aus einer der biszlichen Unternehmungen. Nicht meine höchstenswerte, aber ich kann nur so viel dann nehmen. Okay. So, uh, what do we do instead, then? Let's just play a different song. We've got more important things to think about anyway. Gotcha. Okay, folks. Here comes some unrequested music. Sorry about that, Dawn. Maybe try again tomorrow night. Sorry. I'm gonna go to the journey that is. Last processor with their hit song 1980X. Of all the songs to request, why did it have to be that one? Gee, Peggy. What did the barn finds ever do to you? Wrote that song for one. it gets real old when you're forced to listen to it on repeat for years why couldn't they just request Roddy oh Forrest scrap the song we have another caller sorry to cut the music short folks callers take priority tonight welcome to 189.16 the scream this is Forrest Nat Forrest oh my god it's me again talk to me Murphy what's wrong oh the killer got me man I why did I ever trust the god name master Robin I warned you not to hindsight is 20-20 okay schreie nicht so auf Fernsorgen okay okay oh god damn I smell smoke I think he start the fire Ach du Scheiße. Ah ja. Ich versuch's. Gibt's doch nicht. Scheiße. Ein Feuerwehrwagen für die ganze Stadt. Ich kann mir das doch gar nicht merken, alles. Oh Gott, hier, okay. Wo ist nochmal die Abfallanlage? Wo sind die komischen Container hier? Noch mal kurz hinhocken, sie kann nicht besser rangehen. Bahnhof. Feuerwache. Pontispizza. Moment mal. Alex lebt, ähm, Haddonfield Road rechts neben der Romero Street. Haddonfield Road rechts von der Romero Street. Hier. In die Neck... In... Na, der... ... So, wer wohnt hier? Catherine... Westend of Myers Lane. Wo ist die Myers Lane? Das glaube ich hier, ne? Westend. Myers Lane. Wen haben wir jetzt hier? östlichen Ende der Myers Lane. Moment eher. Fire Department. Was soll das heißen? Okay. Fire Department. Moment. Boah, ich bin doch so ein Noob, ey. Ich kann doch so eine Karte nicht lesen. Das ist doch grauenvoll. Warte, warte, steht da? Ach, ist die Feuerware. Okay. Warte, warte, steht da? Die Frage ist aber, wo ist denn die scheiß Mülldeponie? Ist die im Trailerpark gewesen? Wohnwagensiedlung. Ruhrzeitapartments. Kraftwerk. Hier Abfallentsorgung. Okay. Also die Vollstattung fällt aus. Der fällt auch aus einer von den beiden Müsse hin. Entweder Alex oder der alte Mann. Der ist aber sehr, sehr alt. Dann war Alex. Keine Ahnung. Ich meine, uralt ist. Ist ja doch viel zu lahmarschig, um da hinzukommen, oder? Sie sind auf dem Weg. Alex war zu weit entfernt. Zu lang. Die Plante verbringte. Sie verbringte. Sie verbringte. Murphy ist... Man, das gibt's doch gar nicht. Ist denn das jetzt falsch? Hier geht der alte Mann... Ja gut, der ist am nächsten dran. Aber der alte Mann ist doch wirklich alt, hat sie gesagt. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das ist zum Kotzen, ey. Mann! Weil ich diese bescheuerte Karte nicht lesen kann. Das ist doch kacke, ey. Weil sie sagt, er ist sehr, sehr, sehr alt. Wenn er sehr, sehr, sehr alt ist. Ich schicke doch keinen Mann dahin, der so alt ist, dass er gefällig auf dem Krückstock läuft. Scheiße! Ach, Mann, das ist so ärgerlich, ey. Das hasse ich doch. Mann, ey. Kann ich meinen Bürojob an den Nagel hängen? Scheiße! Das ärgert mich jetzt richtig. Ich weiß, du bist ein Outsider in unserer kleinen Stadt hier, Morrison. Naja, ich hab mehr versagt, wie gekämpft. Sorry, das war der Stuhl. All right, thanks, Teddy. Now, are you... Teddy, you lowlife! This is not the time to promote your damn campaign. I just want to make sure our town is safe and prosperous. That's why the Gallows Family Factory, founded by my father, Theodore C. Gallows, God rest his soul, which employs over 200... Teddy, unless you've got an emergency, I'm cutting you off. Teddy, you know what, I do have a problem, a problem that's ruining our town, you know what it is? Yeah, how about the goddamn serial killers? The problem is that woman, our current mayor, our current mayor, Linda Cartwright. Oh, here we go. She just isn't one of us. Linda Cartwright is unamerican, unstable, and... You're not better than anyone, Teddy. Just because you inherited half the town, it... Your producer sounds a little unstable, too. Don't you dare speak to me that way. Cut him off, Peggy. I can guarantee, this kind of thing will not happen, when I... Come, halt die Klappe und geh aus der Leitung. The moral decay of... And that's enough of Teddy Gallows Jr. for one lifetime. I always feel disgusting after hearing him talk. Just play an ad for us? I need a minute. We'll be right back after these messages. The world famous annual Gallows Creek Harvest. Oh Gott, da mache ich auch noch Gallows Creek Werbung. Aber wir sind ja auch in Gallows Creek. Ich bin heute... Oh Gott, das ist ja gerade der Jahrmarkt. Sandlecki-Git. Sandlecki-Git. Fantastisch. Uh, gerade die, die ja nicht mehr allein können. Für die machen wir eine Werbung gerade. Hey, scheiße, Alter. Okay. I can see why it's world famous. It's a highlight around here, Forrest. Oh, I am sorry to hear that, Peggy. All right, folks. Welcome back to the show. We have a note from my producer. That's right. Come find me at the Harvest Festival tomorrow to grab your choice of a K-Fam mug, sticker set, or poster. Let's see what our next caller would choose. Caller on line one. Hello, caller. You're live on the stream with me, Forrest Nash. I'm standing in for 911 tonight, what's wrong? There's a guy who lumped in me and my friends. I think he's killed some of them already. That's him. He's just outside. I can see him from up here. God damn it. She's just a kid. Where are you? Are you somewhere safe? Oh my God. Oh my God. Stay with me, kid. Focus. I can't do this. Yes, you can. Focus. Tell me. What's your name? Come on. Sweetie, you can do it. What's your name? Good. 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 Listen to me. We're going to get you out of there. All right? Now, where are you? Go to the house, more than you should. Upstairs. I'm at the entrance of a hall. There's a bathroom. I call the bedroom closet. Oh, he's coming. Where should I go? No, I'm at the entrance of a hall. No, I'm at the entrance of a hall. No, I don't know. Go to the bedroom. Okay. I'll... Spuk house. He's here. He's here. He's here. He's going to kill me. Forrest, I don't think we can... Da rum. We're going to die next... Das kann doch nicht wahr sein. Oh, scheiße, ey. Privat habe ich doch auch gerettet. Warum geht denn dieser Scheiß nicht? Mann, Alter. Ihr fändet euch wohl sehr lustig, wa? Ihr vollidioten, ey. Ich hoffe, dass der Pfeil für euch holt. Ey, euch werde ich nicht retten, das sag ich euch. Polizei heißt das. Wait, isn't that... Jimmy! Was ist so lustig? Sicko! Of course I called the cops, but some guy just answered his head. What guy? Forrest Nash. What the hell are you all doing? It's prank night, old man. Just having fun. Yeah, it's echt fun. The kid, who called in earlier, pretending to be the whistling man. That's it. I'm out of here. You know, he's really out there tonight, Jimmy. Right? Yeah, right. It's just whistling. It's just whistling night, man. That little idiot. Okay, not just that. It's just whistling night. It's a stupid tradition. Especially stupid, since that one kid died back in... Would you take off that stupid mask if it's hard to breathe? Who's under there anyway? Who's under there anyway? Is that you, Seth? Idiot! Seth is right next to you. That's a... Uh... Wait. Oh no. Who, uh... Who are you? Oh no, man! That's the penalty. That's not my karma. Everyone, get inside! Everyone, run! You two, we're ready for more. Scott, Heather? You better take them back. As long as he's out there and we're in here, we're safe, right? You bought time, but not much. Forrest, we have to... Heather, I already called the cops. I already called the cops. Forrest picked up. He's the best. We're gonna go. Who is this if you carry? My friends. We drove out to the old murder house and... Of course. The van. Who's got the keys? Jimmy had them. Oh, Jimmy. Oh. 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 Okay, okay. It's gonna be okay, Carrie. Right. Right. We'll figure something out. Between all of you, there's gotta be a way to beat this. Just sit tight, okay? Heather, shut up. If we do that, we're gonna get killed. If only Jeannie were here. Jeannie? Jeannie McPherson? Our intern Jeannie? Yes. She's my best friend and the smartest one out of all of us. She stayed in tonight. Of course, listen. We'll see what we can come up with and, uh... What? Scott, you're not any good at... And... No, no, Chad. Out of all of us, you're not the ones... Everything okay? No. We... We're figuring out a plan. But everyone's volunteering to do things are just... Bad act. I think we can figure out what to do. But I don't think we can agree on who should do what. I think you'll have to be the timebreaker. Or else these idiots are gonna get us killed. But I... Shut up, you... Oh, Forest, I'll call them back. But I don't know anything about your friends. Ugh. These damn kids never learn. Breathe, Peggy. It's okay. Ugh. They do this kind of thing every year, Forest. They do this kind of thing every year, Forest. All right. Folks. We're gonna work out a way to save Carrie and her friends. Come, die können wir doch retten. Das schaffen wir doch. Yeah. It's David Scopo with Moonlight. Peggy, you mentioned something about their friend working here? An intern? Yeah, Jeannie. Seems a nice enough girl, but I've been head in the clouds, you know? Not sure why we took on an intern. We really didn't have the office space for one. Poor thing got tucked away in a dark corner somewhere downstairs. Ah, I think I'll go see if I can find her desk. Hopefully she has something we can use. Yeah, I hope we'll also have something to use. Speichert. Ähm. It's not even near the entrance door. Yeah, I don't know where it is. Hier in der Ecke. Warmen wir ja vorhin schon mal. Hier ist was. Das wird uns helfen. Hoffentlich kann ich die jetzt retten. Gott sei Dank ist das nur ein Spiel, ey, also. Hey. You find anything that'll help us out? Yeah. I found a friendship quiz with all these kids on it. If you think that'll help, then good enough. Carries online one. Whenever you're ready. Okay. Ein Beobachter? Können wir im Auge behält. Muss aufs Dach raufziehen, war nicht so einfach. Heather, Kyle. Heather. Wir müssen Schloss knacken. Seth, Jennifer und Scott. Scott. Poker-Face. Würde ich erst empfehlen. Ausbrechen Nummer vier. Okay. Okay. So, Nummer vier zur Auswahl steht Jennifer, Scott, Cynthia oder Seth. Nehmen wir Jennifer. 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 Oh, Jesus, Jennifer, you carry a bump key? Why didn't you say so earlier? Anyway, that brings us to part three. Getting the van keys. Okay, sie nimmt die Autoschlüssel, okay. I don't know Jimmy as well as you guys, so... It'll probably be easier that way. That is part four. Ja. This is a very detailed plan. I'm impressed. Yeah. It's weirdly easier to think when you're about to die. You're doing great. What's the next part? Part four? We need someone to leave the Whistling Manicum. We need a fast runner. For this one, we're trying to decide between... Who was it again? Hot David. Cynthia. Uh, uh, Scott. Jemanden weglocken. Autounfall bauen. Horrorfilm stolpern. Go-Kart Champion. Scheiße. Jemanden weglocken. Also jemand, der schnell ist, ne? Scheinbar. Wen haben wir denn? Cynthia, David oder Scott? Ich hab echt keine Ahnung. Oh Gott. Wer soll weglaufen und den Killer ablenken? Okay, laufen. Moment. Denn... Scott, David, Cynthia. Olympischer Athlet. Ist jemand, der schnell ist, oder? Dann nehmen wir Hot David. Ich versuch's einfach. Pfff. Das ist nicht einfach. Ja. Du hast das, Hot David. Sweet. Okay, let's recapiteln. Wir haben die Augen auf dem Roof. Ja. Okay. Die Flucht. Oh, was ist der Plan da? Well, we can't all outrun the whistling. But we just watch stupid teams. So... Let's use that against... Willst du am ehemal eine fehlerfreie Fahrprüfung ablegen? Jimmy, glaub ich. Oder Go-Kart Champion. Lisa, Tammy und Cynthia. Go-Kart Champion. Tammy! Tammy! Oh, God. Okay. Nein, die haben zwei Fahrradprüfungen ablegen. Scheiße. Ich hab Scheiße gebaut, glaub ich, ne? Chad. Ist auch Go-Kart Champion. Nimm Scott. Scott. Ich weiß, wir alle lieben American-Skid. Ja, ich... Ja. Ich weiß, wir alle lieben American-Skid. Äh... Thanks, Forrest. Machen wir mal das, was sie im Film gemacht haben? Ja, das ist Go-Kart. Sounds good. Talk to you in a sec. Wir haben ehessen einen Autounfall bei uns, Scott? Das wird doch wieder nichts. Ich hoffe, du bist richtig. Ja, wir haben es. Ja, wir haben es. So, Moment. Ich speichere jetzt nochmal. Und würde sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Ob wir es diesmal geschafft haben, jemand die Leute zu retten oder nicht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin es auch. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.